5, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Viel Glück. Danke. Oh, der Pult. Hildrushers kommt gleich. Ich habe noch eine Stormdress. Ich sehe jetzt einige Möllers, bitte stellt dich mit dem dann an den Duff rein Tornado Skull Äh, in die Fläche dann, sorry Precious symptom Burn out is cool B2 ist da Drei Schuss kommen in ca. 2-3 Sekunden Drei Schuss kommen in ca. 5-3 Drei Schuss kommen in ca. 5-3 Drei Schuss kommen in ca. 5-3 Ich ziehe die Gelassenheit. Ja. Brauchen wir nicht, oder? Nee. Ah, sieh auf, bitte. Tröschl, ich ziehe K5. Aus der Mitte raus. Ich zieh. Ja. Ich ziehe K5. Ich ziehe K5. Ja. Ja. Ich ziehe K5. Schatz ist ein Schatz. Ich ziehe K5. Oder ich kauf. Mit raus Oder schon sind sie hier kaffend Wollte deine Gelassenheit bitte, falls die Gruppe stark droppt Wollte deine Gelassenheit, Uli, bitte, falls die Gruppe stark droppt Was ist da mit raus? Ich hoffe, dass der Hydro-Timer jetzt nicht stimmt Hydro-Schuss sind drin Nades kommen auch Wollte deine Gelassenheit benötigen Danach ht, wenn der Tornado durch ist Und ht Und dann ht, wenn der Tornado durch ist Und dann ht, wenn der Tornado durch ist Und dann ht, wenn der Tornado durch ist Die Lastenheit Der Mitte raus Hydro-Schuss sind 3 Ich ziehe Gelassenheit Ich bin betäubt Verletzung Gibt Killer auf, wenns geht Execute Damage Da zieht jetzt dann bitte irgendwelche Deaths zur Not Oh nein, das kommt Das nimmt den Fokus Was ist da mit der Rüst? Ah, fuck ey Ruhig, ruhig Fühlt den Hydroschuss noch sauber Willkommen, ey Alter, Alter Das ist nett Na also Auf 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 Auf